Das ist unser Baaliker, der Sadek. Wir gehen fast hier mit auf uns zwei kleine Touren ab. Wir haben fast hier frei. Man kann auch nur selbst fahren. Außer es sind 20 Euro am Tag. Ansonsten gibt es Frauensattel, Männer-Sattel, wie ihr wünscht. Dann helllöblich viele Autos zu bekommen, die wir mit dem Rest machen. Das ist ein Schiff.